Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sah einige Sachen und hörte einige Sachen und wusste einige Sachen, die dem Rest der Schöpfung verborgen blieben. Und eine von diesen Sachen, die der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sah und die die restlichen Menschen von uns, von seiner Gemeinschaft, nicht gesehen haben bis jetzt, ist das Höllenfeuer. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sah das Paradies und sah das Höllenfeuer und sagte, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, so würdet ihr sehr wenig lachen und sehr viel weinen. Aufgrund von den Sachen, die der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesehen hat und aufgrund dessen, was Allah, sallallahu alaihi wa sallam, ihm berichtet hat, wer alles in das Höllenfeuer eingehen wird. Deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wenn ihr wissen würdet, was ich weiß, dann würdet ihr sehr wenig lachen und sehr viel weinen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er über das Höllenfeuer sprach, so sagte er, dass das Höllenfeuer sich bei Allah, sallallahu alaihi wa sallam, beschwerte von sich selbst, da es selbst so schlimm ist und so sagte das Höllenfeuer oder beschwerte sich das Höllenfeuer bei Allah, sallallahu alaihi wa sallam, und sagte, Teile von mir verschlingen andere Teile. Und so hat das Höllenfeuer Allah, sallallahu alaihi wa sallam, um etwas Ruhe, um etwas Pause gebeten und daraufhin hat Allah, sallallahu alaihi wa sallam, dem Höllenfeuer es erlaubt, zweimal zu atmen, einmal im Winter und einmal im Sommer. Und so ist das Heißeste im Winter, was man an der Hitze verspürt, ein Atemzug von Jehennem. Und das Kälteste, was man im Winter verspürt, ebenso ein Atemzug von Jehennem. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er sagt über dieses Feuer von Jehennem, dass es ein Stück, ein Teil von 70 Teilen des Jenseits ist. Das heißt, das Feuer in dem Höllenfeuer, dieses Feuer, mit dem die Leute bestraft werden, ist 69 Mal heißer und schlimmer als das Feuer, was wir hier auf dieser Welt kennen. Und die Sahaba, die sagten zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Ya Rasulallah, wallahi, dieses Feuer würde ausreichen. Wenn Allah, sallallahu alaihi wa sallam, uns im Höllenfeuer mit diesem Feuer bestrafen würde, hier auf dieser Welt, was wir hier vor uns haben, so wäre dies als Strafe und als Vergeltung ausreichend. Aber der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, dass es nicht so ist. Und dass das Feuer in Jehennem, dass es 69 Mal stärker ist, als das Feuer, was wir hier auf dieser Welt kennen. Und deswegen sehen wir, dass dieses Feuer nicht nur Stopp macht bei deiner Haut. Wenn eine Person hier auf der Welt vielleicht verbrennt, sie verbrennt 1, 2, 3, 4 Minuten, und dann ist ihr Körper vollständig verbrannt, ihre Haut ist vollständig verbrannt, die erste Haut ist die zweite und so weiter. Aber wir sehen, dass im Höllenfeuer das Feuer nicht bei der ersten oder bei der zweiten oder bei der dritten Haut Schluss macht, sondern die Haut wird verbrannt und die Innereien werden verbrannt. Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagt über dieses Feuer, dass es bis zu den Herzen vordringt. Und auch diese wird es natürlich verbrennen. Und wenn es dann sozusagen vorgedrungen ist, hier auf der Welt ist es vielleicht vorbei, wenn es ein paar Hautschichten verbrannt hat und man nach 3, 4 Minuten gestorben ist von diesem Feuer, aber im Jenseits, diese Person wird eine neue Haut bekommen und sie wird noch einmal bestraft. Und wenn diese wieder verbrannt ist, wird sie noch einmal bestraft. Und das geht so weiter, bis du die Strafe abgesessen hast. Das kann für einige eine kurze Zeit sein, es kann aber auch für einige die Ewigkeit sein. Und keiner muss denken, dass er jetzt hier sitzt und dass er vielleicht betet und dass er vielleicht fastet und dass ihn deswegen sowieso diese ganze Sache nicht betrifft. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, dass diese Ummah, dass diese Gemeinschaft des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sich in 73 Gruppen aufgespalten hat oder aufspalten wird. Und dass jede davon, auch wenn dieser Zusatz nach einigen Gelehrten schwach ist, dass jede von diesen Gruppen im Höllenfeuer ist, außer eine einzige. Auch wenn diese nicht für die Ewigkeiten im Höllenfeuer sind. Aber keiner soll denken, dass er die Garantie hat, nur weil er vielleicht betet, weil er vielleicht fastet, weil er vielleicht den Koran liest und so weiter. Keiner muss und soll denken, dass das eine Garantie ist, dass er auch als Muslim stirbt. Und wir sehen viele Leute, die vielleicht eine lange Zeit lang mit uns zusammen waren, die gebetet haben, die gefastet haben, Leute, die vielleicht an Unterrichten teilgenommen haben und so weiter. Leute, wo man sich vielleicht dachte, hätte ich doch nur den Glauben von dieser Person. Und würde ich doch nur Allah subhanahu wa ta'ala so anbeten wie diese Person. Und dann sehen wir, nach einigen Jahren oder nach einiger Zeit haben sie den Islam vollständig verlassen. Leute, wo du niemals davon ausgegangen wärst, dass diese Leute auch nur irgendeinen Tag von ihrer Religion abweichen. So haben sie diese Religion vollkommen unterlassen oder verlassen. Deswegen denke nicht, dass du in Sicherheit bist und dass du zu 100% weißt, dass du das Paradies betreten wirst. Denn es kann sein, dass jeder von uns, so wie er jetzt Muslim ist, kann es sein, dass wir nicht auf diesem Islam sterben und für die Ewigkeiten in das Höllenfeuer eingehen. Aber auch, wenn wir als Muslime sterben, so ist es nicht, so haben wir keine Garantie. Und es ist nicht sicher, dass wir nicht auch für einen bestimmten Zeitraum in dem Höllenfeuer bestraft werden. Und deswegen der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sagt, meine Umma wird sich in 73 Gruppen aufspalten. Und jede davon ist im Höllenfeuer außer eine Gruppe. Und dieses Höllenfeuer, wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er über das Paradies spricht und über die Belohnung in dem Paradies spricht, so erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala Sachen, die wir hier auf dieser Welt haben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise über die Kleidung spricht. Kleidung aus Seide, Armreifen aus Gold, aus Perlen, alles Sachen, die wir hier auf dieser Dunja haben. Auch wenn natürlich nur die Namen gleich sind und es im Paradies nichts gibt, was wir hier auf dieser Welt eins zu eins so vor uns haben. Aber die Namen sind ähnlich oder die Namen sind gleich. Wir sehen das beispielsweise, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über das Essen spricht. Was essen die Leute im Paradies? Es gibt viele Überlieferungen, dass sie dieses und jenes essen, was wir alles hier auf dieser Welt kennen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala über das Trinken spricht, Alkohol, der nicht berauschend macht, Milch. Diese ganzen Sachen haben wir hier auf dieser Welt. Warum? Warum erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala diese Sachen? Damit wir uns, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, damit wir eine Motivation haben, dass wir diese Sachen im Paradies vorfinden werden. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala über das Höllenfeuer spricht, so sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala Sachen erwähnt, die wir uns nicht vorstellen können. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er über die Nahrung der Leute aus dem Höllenfeuer spricht, so sagt er, dass es dort Leute geben wird, sie werden Dornen essen. Und sie werden nichts zu essen haben außer Dornen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass es Leute geben wird, sie werden nichts zu essen haben, außer Eiter. Außer Eiter von anderen Paradiesbewohnern und Blut von anderen Höllenbewohnern, die dort bestraft werden. Und die Gelehrten sagen, wie kann es sein, dass eine Gruppe, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie werden im Höllenfeuer nur Dornen essen und sie werden nur sozusagen Eiter essen. Die Gelehrten sagen, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt eine Gruppe, sie wird nur Dornen essen und eine Gruppe, sie wird nur Eiter essen und so weiter. Und andere Gelehrte haben gesagt, die Strafe von ihnen wird mit der Zeit vermehrt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wir werden nichts vermehren für diese Leute, außer was? Außer an Strafe. Und so werden sie eine Zeit lang, einige Jahrtausende lang vielleicht eine bestimmte Sache essen und daraufhin eine andere, die in der Bestrafung noch viel stärker ist. Wir sehen, dass die Gelehrten sagen, diese Dorne, die sie essen werden, sie werden sie essen aufgrund von Hunger. Sie haben Hunger und wollen etwas essen und so werden sie diese Dornen essen. Und diese Dornen werden in ihrem Hals stecken bleiben und sie werden ersticken, aber sie werden nicht durch dieses Ersticken sterben. Das heißt, die Sache ist nicht, dieser Schmerz ist nicht in zwei, drei Minuten vorbei, wie hier vielleicht auf der Welt, sondern sie werden ersticken daran, aber diesen Tod nicht verspüren. Und irgendwann werden sie wieder Hunger bekommen und sie werden wieder diese Dornen essen und sie werden wieder daran ersticken. Und das wird kein Ende haben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala über die Kleidung des Höllenfeuers spricht, so sagt er, und wir erinnern uns an die Kleidung des Paradieses, Kleidung aus Seide, Armreifen aus Gold, aus Perlen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt die Kleidung der Leute des Höllenfeuers und er sagt, ihnen werden Kleider gestickt aus Feuer. Kleidung aus Feuer, eine Sache, die man sich nicht vorstellen kann. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird die Leute im Höllenfeuer, er wird sie durch diese Sachen bestrafen, die man sich nicht einmal vorstellen kann hier auf der Welt. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam,